Food-Spezialitäten aus über 70 Ländern. Und mittendrin Dirk Hoffmann auf der Suche nach dem absoluten Gaumenschmaus. Ah, Grüne Woche Berlin 2020. Die ganze Welt ist hier vertreten und eine Halle nach der anderen hat was Leckeres zu füllen. Und wer darf da nicht fehlen? Wer darf nicht fehlen? Der Hoffmann natürlich. Ich werde mich jetzt hier durchschnabolieren. Hoffmanns Weltreise startet in Portugal. Deren Kult-Süß-Speise heißt Pastel de Nata. Ein Törtchen aus Blätterteig. Hier sind wir in Portugal. Ich sage euch, und das hier ist echt Portugal. Pastel de Nata. Ganz frisch gebacken. Freshly baked. Darf ich mal reinkommen? Jungs, ich liebe das. Also wer noch nie in Portugal war, das ist das, der ist sehr schlechthin. Ich nehme da jetzt einfach mal eine weg. Ich finde das herrlich. Ich bin ja auf der Grünen Woche schon so zu Hause. Ich mache hier einfach, was ich will. Von außen Blätterteig und innen, das ist eine Creme, ähnlich wie eine Creme Karamelle. Aber was genau reinkommt, möchte ich jetzt gerne von ihr wissen. Klär mich auf, was ist das Geheimnis? Was ist da genau drin? Milch. Zucker und Eier. Dazu etwas Zimt. Haben Sie das schon mal probiert? Wollen Sie? Ja. Hören Sie mal. Das ist sowas von lecker. Ja, haben wir ja schon ein bisschen mehr. Ich bin da immer sehr großzügig, aber mit Zimt. Sie auch? Jetzt gibt es nichts mehr. Hier, Stück auf meine Rechnung. Hier, wie so eine Puddingcreme. Außen ganz knusprig. Dann sind die jetzt auch noch lauwarm. Das ist sowas von lecker. Zu dir komme ich wieder. Sehr lecker. Weiter geht's nach Frankreich. Keine Sorge. Die Messe fand bereits vor einigen Wochen statt. Da gab es noch kein Corona. Hier, alles Wurst. Wenn ihr denkt, Deutschland ist ein Wurstparadies, schaut euch das hier mal an. Ich liebe diese Salami aus Frankreich. Aber Hoffmann spricht kaum Französisch. Steinpilz. Ah, der spricht. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt Französisch sprechen. Der Kollege spricht perfekt Deutsch. Mein Französisch ist nämlich beschissen. So, was habe ich jetzt hier? Da haben Sie einmal Salami mit Steinpilzen. Luftgetrocknete Salami mit Steinpilzen. Genau, richtig. Da sind echte luftgetrocknete Steinpilze drin. Kein Aroma. Was haben wir denn jetzt hier alles? Also, wir haben jetzt hier vier verschiedene Sorten. Wir haben einmal Knoblauch, einmal Wildschwein, einmal Rüsch, Feige, Parmesan, Pfeffer. Einmal in verschiedene Süßen, die Feige und die Heidelbeere. Jetzt ist da hier draußen so eine weiße Färbung. Das ist ja ein Schimmel, ne? Das ist Edelschimmel, richtig. Ja, genau. Ja, vergleichbar wie beim Käse. Wie beim Käse, genau. Kann ich jetzt, denn das wollen meine Freunde da alle wissen, aufschneiden und das auch mit der Schale essen. Das können Sie mit der Schale essen. Das ist Naturdarm vom Schwein. Das ist ganz wichtig. Eine Riesenauswahl. Hoffmann pickt sich natürlich die schrägste Salami-Variante heraus. Und jetzt will ich mal was probieren. So, was möchte ich? Also, wir haben... Ja, was ist denn das hier für eine schwarze Wurst? Also... Hat die sich schwarz geärgert? Genau, also, die wird am Anfang bei der Reifung, ist die erst ganz leicht hellblau. Und dann durch die zwei Monate Reifung wird die dunkelblau, so ähnlich schwarz. Da sind echte luftgetrocknete Heidelbeeren drin. Ach, durch die Heidelbeeren wirkt die so dunkel? Genau. Die Heidelbeeren, die wird da reingemacht, die wird kleingehäckselt am Anfang, dann in der ganz normalen Wurstverarbeitung mit reingemischt. Und dadurch, dass sie dann zwei Monate zieht, entsteht dieser Farbstoff. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Oh, geil! Danke schön. Darmen hoch für Frankreich. In der nächsten Halle wartet der Inselstaat Sri Lanka auf Hoffmann. Und was gibt's hier? Das ist ja schick hier. Hör mal, da bauen die bei uns Foodtrucks, was riesig ist. Hör mal, die hat hier zu Hause aus ihrer Küche, hat die das Waschbecken abgebaut, den Ofen mitgenommen. Aber jetzt sag mir mal, wo du hier gerade ein Öl heiß machst, wie ist denn jetzt deine Familie? Der Ofen ist doch weg. Was macht ihre Familie jetzt? Die hat ja den Ofen aus der Küche geklaut. Ja, das sind die Röllchen aus Sri Lanka. Die bereitet sie gerade zu. Das habe ich verstanden. Du willst mir das jetzt nicht beantworten. Die Leute mögen das. Schmeckt sehr lecker. Die Teigtaschen gibt's in Sri Lanka an jeder Ecke. In süß oder herzhaft. Ist das Kokosnussöl? Kokosnuss, genau. Denn das müsst ihr wissen, aus Sri Lanka, das ist eine wunderschöne Insel, kommt der größte Teil vom Bio- und kaltgepressten Kokosnussöl. Und Kokosnussöl ist super, super gesund. Eine gesunde Schärfe ist auch typisch für die Inselküche. Ist die jetzt sehr scharf? Naja, ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich sag euch, meine lieben Kollegen aus der Küche, ich hatte einiges Relenkiösen in meiner Küche. Wenn die gekocht haben, so, jetzt eins, zwei, drei. Und Dirk, kommst du ins Schwitzen? Das ist überhaupt nicht scharf. Das ist überhaupt nicht scharf. Gut, gut. Schmeckt aber ausgezeichnet. Was ist denn da drin? Kartoffeln? Thunfisch und Kartoffeln. Das ist sehr lecker. Aber jetzt sag mir mal, wie heißt das denn überhaupt? Wie nennt ihr das denn? Na, einfach Sri Lanka-Rolle. Roll, roll. Kann dieser Kokosmilchreis auch punkten? Aber Achtung, da sind jede Menge Chilis drin. Sehr lecker. Well done, well done. Das ist sowas von scharf. Nächster Halt, Thailand. Hier gibt's was zu knabbern. Chips aus Reis. Ah. Hallo. Meine Güte. Sie kennen doch. Sie kennen mich? Ja. Ich hab die auch wieder erkannt. Aber bitte, die Kamera läuft. Erzähl jetzt keine Details. Bitte nicht. Krieg ich zu Hause richtig Ärger. Jetzt was ganz Tolles. Es gab ja in Deutschland immer hier diese ganzen Kartoffelchips und hin und her. Und jetzt kommt ihr da aus einem wunderschönen Thailand. Und macht aus Sticky Rice Snacks. Die bestehen aus thailändischem Kleberreis. Jetzt hab ich erst mal ne Frage. Genau. Reischips. Schön knackig. So ein bisschen, das kennen wir ja auch. Das haben wir ja auch. Das nennen wir Puffreis. Ja. Aber ist das in Öl gebacken? Kurz mit Öl gebacken, weil der Reis erstmal getrocknet, ganz trocknet und wir brauchen erstmal prospektiert. Aber danach können wir nochmal gebacken mit dem ganzen Öl raus. Unsere Schieb ist zu vergleichen 30% weniger Fett als die andere Schieb auf dem Markt. Aha. Das merke ich nämlich auch hier an den Fingern. Da ist überhaupt nichts ölig. Das ist schön knackig. Das ist schön würzig. Jetzt mal ein Tipp hier für alle meine Freundinnen und Freunde. Wenn man schön scharf ist, bleibt man dann, geht man ein Stück zurück bitte. So wunderbar schlank. Genau. Und wirkt dabei auch noch so wunderschön. Genau. Dann gib mir mal einen Karton davon mit. Chili mag wirklich. Kommt der Schneck auch bei den Besuchern gut an? Also das sagt sie, das ist hier deutschlandscharf. Gut. Wirklich scharf. Schön knusprig. Und ganz wenig Fett. Einmal ein Ball. Runde 2 in Thailand. Diesmal was Fruchtiges. Was haben wir denn da? Freeze-Dried. Genau. Gefrier getrocknet. Okay, und was haben wir hier? Einmal Alamass hier und einmal Kokosnuss. Okay, und das kommt aus? Woher kommt es? Thailand. Thailand. Der absolute Trend, Früchte und ähnliches gefriert zu trocknen. Früher kannte man das nur vom Kaffee. Aber eins kann ich euch sagen, das weiß ich sogar ganz sicher. Jetzt nimmt man es in den Mund. Es bekommt Feuchtigkeit und... Und jetzt explodieren diese Ananasaromen in meinem Mund. Das ist leckerer wie eine echte Frucht. Ja, finde ich auch, ja. So geiler Aromen. Ananas. Gehäckselt. Dann wird es gefriert getrocknet. Das kennen wir aus pulverisiertem Kaffee. Instant Kaffee. Und das ist jetzt hier die Frucht. Also alles, was herausgezogen ist, ist pulverig. Und wenn man es dann in den feuchten Mund tut, explodieren die Aromen. So, und weißt du was? Das nehme ich mit nach Hause. Das ist so super lecker. Vielen Dank. Wird Thailand Dags Champion oder macht Nordmazedonien mit dieser spektakulären Show das Rennen? Schaut euch das mal an. Rauchdünner Strudelteig, aber du machst davon kein Strudel. Das sieht aus wie ein Apfelstrudel aus Österreich, aber das ist kein Strudel, oder? Nein, das ist kein Strudel. Was ist das denn? Budeck. Basis ist ein Blätterteig, der kunstvoll von Hand in Form gebracht wird. Zack, und dann haut der dir den Lappen hier um die Ohren. Der Lappen wird mit verschiedenen Zutaten wie Käse und Hackfleisch gefüllt. Bei der Herstellung ist jede Menge Fingerspitzengefühl gefragt. So, und jetzt haben wir das wie ein Blätterteig, Schicht für Schicht. Und da noch Frischkäse drin. Und das hier geht dann in den Backofen. Ja. So, und jetzt darf ich. Hoffmann will es wissen. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Und dann macht man Massage, Massage, Massage. Like a woman, like a woman. So. And right. Yes. Das ist der Javix. Irgendwie kommt die Hoffmannsche Teigshow nicht so richtig ins Rollen. Ich mache, ich hebe noch nicht auf. Ich gebe so schnell nicht auf. Also ich muss euch sagen, ich bin begeistert, Kollege. Das ist echt nicht einfach. Da muss ich noch ein bisschen üben. Nach nur fünf Versuchen hat Hoffmann endlich den Dreh raus. Ich habe es hinbekommen und so wurde es fertig. Frisch aus dem Ofen mit Hackfleisch und Käse gefüllt. Schmecken sollte die Balkanspezialität. Schließlich hatte Hoffmann seine Finger im Spiel. Das ist ein absoluter Hammer. Ein Kunst, diesen Teig so zu ziehen. Und was da rauskommt, ist richtig schön knusprig mit der saftigen Fleischfüllung. Lecker, oder? Hoffmanns kulinarische Weltreise geht weiter. Über Deutschland, Kroatien, Norwegen und Finnland. Welches Land macht am Ende das Rennen? Vorher gibt es noch einen Abstecher nach England. Findet er etwa hier den Superschmaus? Football is coming home. Hör mal, mein lieber Freund. Du hast hier so viele Süßigkeiten, was ich ja verstehen kann. Sprichst du überhaupt Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen, das hört sich sehr, sehr ausgezeichnet an. Du hast hier alles geile Süßigkeiten. Und ganz, ganz britisch. Very britisch. Very britisch. Fudge. Jetzt sagt man mal ganz genau in Kurzform, was ist ein Fudge überhaupt? Was es ist, ist Karamell. So, probieren Sie. Das hier ist die Grundmasse. Ist Butter, Zucker und Sahne. Probieren Sie, passen Sie rein. Da passiert nichts. Außer, dass das wegschmeckt. Aber wir bleiben nicht dabei. Wir gehen auch noch weiter. Also hier habe ich 52 verschiedene Sorten, mein Lieber. Mit Schokolade, mit Rum, Lackritz, Apfel und Zimt. Rocher, Erdnussbutter, Peanuts, Oreo-Cookies, Minze, Whisky. Das ist eine von meinen Lieblings. Kann man das mal klein bisschen kleiner? Darling, I'm Englisch. Mein Lieber, ich bin Engländer und kein Schotte. Nimm alles oder nichts. Wir verstehen uns schon immer. Als hätten wir uns gerade an der Bar kennengelernt. Aber diese ganzen Süßigkeiten hier. So, Kollege, jetzt hau dir die Kalorienbombe endlich rein. Innen süß, weich, karamellig, cremig, Außengenüsse, ganz leicht gesalzen. Weißt du was? Ich bin ja traurig darüber, dass ihr Briten uns so ein bisschen verlasst. Aber in meinem Herzchen und das hier geht jetzt mit mir mit. Ciao. Hat Hoffmann seinen Favoriten in England gefunden oder wird es Deutschland mit einem echten Klassiker? Das darf man ja gar keinem erzählen. Aber ich liebe diese Schaumküsse. Früher haben wir die anders genannt. Aber guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Oh. Hm, schönen Hut habt ihr an. Wie viele verschiedene Kombinationen habt ihr? Ich habe 36 Schaum. 6 Schaum. Offensichtlich kommen die aus den Niederlanden. Ich komme aus den Niederlanden, ja. Die auch? Nein, die Küsschen kommen aus Deutschland. Ah, das sind deutsche Küsse. Ich möchte jetzt küssen. Aber nicht dich. Welchen soll ich denn jetzt hier nehmen? Unser Vorschlag einmal durch die ganze Palette, bitte. Pfefferminzen, schokoladig von innen, richtig lecker, schaumig. Pfefferminzen. Zucker hin, Zucker her, das ist mir alles so ja. Die Dinger sind so weit von lecker, oder? Es gibt Zartbitterkokos, es gibt Orange, es gibt Limette, Rum, Trauben, Nuss. Erdbeere, den habe ich ja noch nicht probiert. Komm, der ist eh angekatscht. Den schweig ich mir jetzt. Auch noch rein. Entschuldigung, es war nett da. Vielleicht einen hier noch für unterwegs. Zwischendurch ein Foto mit Fans. Dann geht's weiter nach Kroatien, dem diesjährigen Partnerland mit großer Ausstellungsfläche. Guck mal hier, das ist ja fast wie in Italien, wie in Spanien. Was haben wir denn jetzt hier? Ausgezeichneten Schinken. Darf ich mal? Ja, sicher. Ich hab heute noch nichts gegessen. Was macht den kroatischen Schinken denn so besonders? Drei Jahre Luft getrocknet. Drei Jahre? Drei Jahre. Mh. Sehr schön würzig. Aber, mich interessiert ja immer so Wurstspezialitäten. Das hier, habe ich noch nicht gesehen. Das ist die beste Schinken. Das ist eine Wurst. Eine Wurst. So. Sieht auf jeden Fall sehr ungewöhnlich aus. Das ist sechs Monate lang Luft getrocknet. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, das ist wie eine Salami. Auch aus Schweinefleisch. Auch Schweinefleisch. Reine Schweinefleisch. Und gefüllt ist das in einen Magen? Ja. In einen Schweinemagen. So, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das außen mitessen? Ja, sicher. Ja, sicher. Ist doch Natur. Und wie schmeckt die kroatische Spezialität? Wow. Da drin ist kein Nitritsatz, keine irgendwelche Starter, Chemie oder irgendwas. Küchen, Salz, Knoblauch und Paprika. Das ist richtig, richtig lecker. Danke sehr. Danke. Das Scheibchen nehme ich noch mit. Schon wieder was Neues entdeckt. In der nächsten Halle tischen die Norweger auf. Ich liebe ja das hier auf der Grünen Woche immer wieder diese kleinen, feinen Schälchen. Schau mal hier. Das ist ja mal mit Liebe angerichtet. Ist das in Ordnung, wenn ich mal zu euch komme? Kein Problem. Sehr schön. Sehr schöne Feinarbeit. Das sieht alles sehr, sehr lecker aus. Was machst du denen jetzt gerade da? Was bereiten sie gerade zu? Was sind das für Bällchen? Das sind Polinius mit Kabejau. Aha. Von Trockenfisch sind die gemacht. Darf ich das essen? Ja, klar. Und wie schmeckt der Fischhappen? Das sieht nicht nur super lecker aus, das ist mal sowas von lecker. Da ist nicht nur Masse drin, sondern da ist auch richtig Fisch drin. Schmeckt ausgezeichnet, mein Freund. Kann das Rindtierfilet Hoffmann genauso überzeugen? Ganz niedlich sehe ich jetzt hier, hast du mini, mini Rosenkohl. Ja. Als Salat. Ja. Habe ich auch noch nie gegessen. Das ist ja der Hammer. Ja. Sehr, sehr lecker. Ja, und dann smoked the Rindtier. So, und jetzt geräuschert das Rindtier. Ganz schön exotisch. Das kann man doch nicht essen. Das ist scheußlich. Nein. Nein, das schmeckt ausgezeichnet, hat ganz leichte Aromen von Wild. Und ist dazu fettarm und sehr zart. Vielen Dank. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Nebenan warten schon die Nachbarn aus Finnland. Aber statt Fisch gibt's hier Insekten. Guck mal, was haben wir denn jetzt hier? Karneval in Finnland? Habe ich noch nie von gehört. Hallo, Entschuldigung. Was macht ihr hier, Jungs? Habt ihr Karneval in Finnland? Wir haben die Karneval die ganze Zeit. So, und deshalb sage ich mal hier, Karneval in Finnland. Ja. Darauf ein dreifach schmetterndes Düsseldorf. Hello. Hello. So. Das sind Grillen. Grillen. Kleine Heuschrecken. Kleine Heuschrecken. Ja. Ja, das ist auch gut so. Die fressen mich sonst die ganze Ernte weg. Ja, da haben wir 17 verschiedene Würze. Und da haben wir scharfes Geschmack. So, die Flügel sind weg, die Beine sind weg. Äh, die Beine sind eigentlich da unten. Die fallen. Okay, da machen wir uns ja noch eine Suppe von. Ja. Aber ich mag sie mal. Darf ich jetzt mal? Ja, Sie dürfen doch. Guten Hunger, Herr Hoffmann. Die sind ganz knackig. Die sind wunderbar gewürzt. Jetzt? Schön knackig. Aber die werden ja nicht in der Natur da irgendwo geholt, sondern die werden gezüchtet. Die werden gezüchtet. Und ihr würzt und bereitet die dann so zu. Ja. Das ist geil. Finden die Besucher die Dinge auch so geil wie der Hoffmann? Ah, du wolltest es schon immer. Komm. Auf dich habe ich gewartet. Guck mal hier. Guck mal. Die Flügel sind schon abgefallen, die Beine sind auch weg. Mach mal Händchen auf. Okay. Und jetzt ab ins München. Okay. Und jetzt ab ins München. Ja, gut. Kann man essen, oder? Kennst du den Mann hinter dir? Ja, das ist mein Mann. Ist der mutig? Ja, er muss das jetzt essen. Genau. Du musst das jetzt essen. Das gibt's nicht. Was die Mama nicht nimmt, das macht der Vater. Und? Oh ja. Und die Dame? Hätte ich nicht gesagt. Ich finde das cool. Schmeckt lecker. Ja, eben. Hat Hoffmann seinen ultimativen Länderschmaus schon gefunden oder macht Ungarn noch das Rennen? Ah, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, grüne Woche ohne dich ist doch gar nichts. Möchtest du euch ein bisschen helfen? Ich möchte dir helfen. Bei Maria Magdalena gibt's Baumstriezel. Und du machst das mit Liebe. Mit Liebe gefüllt. Immer noch. Mit Liebe gefüllt. Herrlich. Grundlage für das Gebäck ist ein Hefeteig. Noch dünner? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber das mit, mit, ja. Ja, mit Herz. Den Teig in schmale Streifen schneiden. Du vertraust mir nicht, ne? Kannst du unseren Teig, kannst du? Aha. Und ihn dann vorsichtig um eine Art Nudelholz wickeln. Ja, gut, gut, gut. Bravo. Ja, ich sag's dir doch. Wunderbar. Und jetzt kommt das Ding. Ein bisschen Öl. Öl. Für den Zucker bleibt, ja. So, und jetzt hier im Zucker rollen. Feste? Viel Zucker. Nur viel. Weniger. So, was sagst du? Und jetzt? Da rein. Nein. Ich wusste, dass sie rein. Hat nochmal abklopfen. Ja. Dann geht's für 10 Minuten in den 300-Grad-heißen Ofen. So. Ja. Wie gut? Hi. Freundin, kommst. So, drehen oder drauf? Ja. Drauf machen. Jetzt hier mit Zimt. Ja, diese. Zimt und Zucker, ne? Roll, 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 roll. So. So, kommt. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich hab ihn raus. Hat er doch toll gemacht. Hoffmann ist völlig von der Rolle. Sehr lecker. Ja, ja, lecker. Einmal durch die Welt gefuttert. Welches Land ist Hoffmanns Champion? Und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Und tschüss. Man sieht sich. Wie. Ja, ja, ja. Untertitelung. BR 2018